Lass uns mal gucken. Was ich mich richtig erinnere, ist direkt das erste, was uns bevorsteht. Ein mega krasser, übler, fieser Postkampf. Tja ja, Papa war das, tja ja. Onkel, du brauchst kein Licht. Hast du selber gesagt. Welches Licht? Schon keine Lust mehr? Nein, Jörg, nein, nein, nein. Ich werde versuchen, dass wir das die Tage auch noch irgendwo unterbringen. Definitiv. Ich habe nur überlegt, wie ich das jetzt mache. Weil ich will natürlich auch nicht in Horizon komplett zurückfallen. Deswegen dachte ich, machen wir heute Horizon. Oh Gott, Tago, das verstehe ich jetzt nicht. Oh, Joker, entschuldige. Habe ich dich nicht begrüßt? Oh, Gamescom Tage. Ah, hey Joker. Entschuldige. Hallöchen. Ja, bei dem Homeoffice von meiner Zelle aus. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ausnahmsweise. So, Leute. Äh, na, ihr wisst ja. Äh, ich werde das hier vermutlich... Gibt ich das? Weil wir es schon gesehen haben? Ach, was soll's. Chocolera, moin. Abgehört, die treffen sich auch zum Dingetun immer, Iona. Und Hallöchen. Die Klipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Sommer-Resident. Das wäre ja. Ah. Okay, Targur. Das kenne ich tatsächlich nicht. Eigentlich fatal, oder? Ach ja. Das wird ein Spaß. Ach, wird das ein Spaß. Nicht. Leise. Willst du mich veralbern? Wie zur... Von Maledeiten. Konnte er mich sehen? Der kann mich sehen. Wieso kann der mich... Puh! Ah! Äh, lol. Ähm. Gut. Baff. Einmal noch schon. Guten Abend. Hm. Das, äh... Mhm. Ja. Das ist ja... Gut. Das, äh... Nun. Ist ja... Das wird ja... Das ist ja ganz toll. Hi, Don. Ja, ich hab's jetzt... Ich hab's jetzt... Ich hab's doch jetzt... Oh, springen wir doch. Ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Oh, Mann. Das... Oh, Gott. Das wird ja furchtbar. Das wird ja ganz schlimm, wird das. Oh, Mann. Das wird ganz, 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 ganz furchtbar. Wie mach ich denn das? Hi, Injective. Hi, Hobbit. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Habe ich eigentlich schon mal Oh, Mann erwähnt? Oh, Mann. Oh, Mann. Äh... Ja, scheiße, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich hab halt null Dunst, wie ich das machen soll. Heil rum, der Kammerfried. Hey, Mann, Jisoo. Hey, Mann, Jisoo. Immer. Fuck! Können wir das nicht einfach abschalten? Ja, das wäre super, so ein On-Off-Schalter. Das ist gar kein Ding, Rumpelkammerfried. Ich weiß mich zu tarnen. Aber ich schwitze jetzt schon, ne? Übel hilfreich, Raupe. Übel toll. Das ist natürlich, das ist, äh, mhm, nja. Das ist richtig, ja, die Brille hatte ich nicht auf an dem Abend. Ich musste ja niemanden in der Distanz erkennen können. Gruß Thomas, Hallöchen. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich ist das niemand von uns. Jemand von uns hat es erwischt. Ach, verdammt. Verdammt. Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, das ist der Fisch. 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 Aber der Fisch. Das ist der Fisch. So. Ja, das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Das ist der Fisch. Ja, das hätte ich. Das ist der Fisch. 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 Abbau der Fisch. Die Fisch. Fisch. Das ist der Fisch. Fisch. Die Fisch. Oh Mann. Fisch. 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 Stück. Ja? Ja? Da ist noch so ein Stück Restkuchen. Scheid. Ja, das schlägt auf den Magen, Thomas. Hm. Das verstehe ich sehr gut. Das schlägt ganz schön auf den Magen. Aber was willst du machen? Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkater. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eklipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkater-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet. Sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Hm. Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja. Es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine super Waffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Ah, Namen wandelndes Lexikon. Äh, Runner im Prinzip haben wir erfahren, dass sie, ähm, alle Menschen, die auch nur ansatzweise in der Lage waren, eine Waffe in der Hand zu halten, den Maschinen quasi als Kanonenfutter vor die Stahlbeine geschmissen haben. Um sie, so gut es geht, irgendwie auch nur ein bisschen zu verlangsamen. Und zwar in einer enormen Größenordnung. Also nicht so ein paar, sondern alle. Hallo, Herr Kixip. Hi, wenn Sie sich kommen. Hm. Genau, alles nur, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Wie ist denn das jetzt hier gedacht? Ich frag ja nur. Also, ich mein, soll ich auf dem Arm runterlaufen? Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Ach, an das Ding hier, oder was? Ja, aber wie soll ich mich denn da... Oh. Okay. Oh, okay. Äh. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge. Das würde ich nochmal machen, wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ja. Klar. Ja, das befürchte ich allerdings auch, Ains. Genau, als ob man einen Truck stoppen möchte, indem man Menschen da vorwirft. Ganz genau so. Oh Mann, ey. Was sagt denn mein Inventar? Mein Inventar sagt, lehre mich. Eher ein Güterzug als ein Truck. Es kommt aufs gleiche raus. Mensch Matsch. Ah. Ja. Wie sieht es denn bei den Modifikationen aus? Da haben wir noch Platz, ne? Ja, ist gut. Hm. Hm, das stimmt wohl, Atlas. Das Ding ist, dass da halt, also wenn man ganz ehrlich ist, fehlt da halt einfach nur ein definitiv funktionierendes Sicherheitssystem, ja? Dass sie die auf jeden Fall immer irgendwie abschalten können. Alle. Mit einem Schlag. Irgendwie sowas. Das fehlt. Ah. Achso, das sind die Energiezellen. Was brauchen wir hier? Ganz aber ein anderer Herzen, das kann ja nicht so schwer zu besorgen sein. Da unten haben wir doch gleich welche. Ja, aber was bringt dir so ein Teil, wenn es dich angreift und du es nicht abschalten kannst, Fargo? Bringt dir halt auch nichts. Nur ein paar kleine Änderungen. Aber damit muss man immer rechnen. Man muss einfach damit rechnen, dass es einen angreift. Immer. 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 Starker Schneefall. Die Welt wird weiß. So, gucken wir mal ganz kurz, ähm, da ich ja vergesslich bin. Ich kann die sogar ab und ihm. Ich kann dieju. Nichts. Wir sind ansalte. Das ist cool. So ist das so ein bisschen- Was ist her? Und dann wäre es mein Ziel. Ich bin glaube ich, dass es auch ein bisschen was verraten kann. Hi, Flachsus. Die Maschine ist schnell. 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 Tja, du armes kleines Ding. Das tut mir jetzt fast leid. Aber halt auch nur fast. Das hat Eindruck hinterlassen. Oh, das war falsch. Oh, das war falsch. Warum ist es noch nicht so kaputt wie das andere? Ah, jetzt. Das ist auch nicht das Richtige. Naja, was soll's. Es ist ja nicht so wichtig. Das wäre ja nur das letzte Teil. Das letzte Outfit, was wir vielleicht nicht unbedingt brauchen. Die ganzen Tutorial-Dinger hätte ich halt auch mal noch machen können. Aber ich habe halt null Bock auf die Decke. Vor allem fessele große Maschinen. Na, als ob. Was ist das hier? Ja. Äh, die Frage ist, ich wollte ja hier runter, ne? Hier so wollte ich hin. Und dann eine Brutstätte. Und dann eine Brutstätte. Untertitelung. BR 2018 Mahlzeit-Hipmaster-Flesh. Das will ich gar nicht wissen. Aber das will ich überhaupt nicht wissen. Hier fehlt doch der Steinbrecher, oder? Müsste das nicht der Steinbrecher sein? Der fehlt. Der fehlt einfach. Das ist der. Und das hier unten ist ja DLC-Content. Aber das hier ist doch... Oder? Das sieht zumindest so aus, als würde da was aus dem Boden kommen. Aber das ist halt eklig, ne? Also da gibt's die hier. Pürscher und Graue habe ich dir. Die kommen alle aus dieser Brutstätte. Zu vergessen, den zu scannen. Ich hab den 100% gescannt während des Kampfes. Ich hab den definitiv gescannt während des Kampfes, sonst hätte ich gar nicht gewusst, wo ich hinschießen soll. Komisch. Aber das ist natürlich eklig, ne? Wir haben ja auch noch... Wir haben hier hinten noch so ein Gebiet, ne? Was so die ganze Zeit im Dunkeln liegt. Da vielleicht mal hingucken. Ja. Hast du den von der Quest gescannt? Ja. Ich habe den von der Quest gescannt. Natürlich. Das war ja auch der Insche, den ich bisher gesehen habe. Und das hat auch gelangt. Ja, das ist ja aber auch eine schöne Stelle zum Spawnen, ne? So. Das kann sein, die Ruhe. Wir wollen den Schatten dorthin tragen. Mit dem Frieden. Hübsch. Ein Schritt. Respawn. Ah, genau so. Wappenbrück. Mhm. Hey. Es würde ich nicht alles für eine frische, süße Banane geben. Ich war aber jetzt sehr unfreundlich von ihm. Der verbotene Westen. Expedition in den verbotenen Westen. Leser. Wenn du etwas über den verbotenen Westen erfahren möchtest, kannst du keinen besseren Erzähler finden als mich, den fürsorglichen Udain Heiler aus Wappenbrück. Warum? Weil ich noch lebe, im Gegensatz zu den Fremden, die die folgenden Geschichten flüsterten oder herausschrien. Höhrichte Wappenträger und Tollköpfe alle miteinander, wurden sie dem Tode nahe zu mir gebracht, vergiftet, tödlich verletzt oder wahnsinnig geworden durch ihre Erlebnisse im Land hinter dem Schrecken. Bei solchen Wunden konnte ich nur noch versuchen, ihre Schmerzen zu lindern und mir ihre letzten Worte notieren. Beim Scheinen der Sonne. Ich kann nicht beschwören, dass diese Geschichten der Wahrheit entsprechen. Ich kann nur hoffen, dass sie deine Neugier befriedigen und dich von dem Weg abbringen, der diese leichtsinnigen Forscher und verwegenen Wanderer in den Tod geführt hat. Obwohl sich die Berichte voneinander unterscheiden, steht fest, dass die westlichen Lande völlig anders sind als unsere Heimat. Einige durchquerten weiße Wüsten, andere gingen durch Wüsten in der Farbe des Feuers oder durch endlose blaue Sandmeere, die den Himmel zu reflektieren schienen, nur durch Brochen von den Überresten alter Maschinen. Andere sprachen von weiten Ebenen mit hohen Gräsern, jedes davon so scharf, dass man sich daran schneiden konnte, und zitternden schwarzen Blumen. Oder von unberechenbaren Flächen von getrocknetem Schlamm mit Rissen, die sie wie ein großes Mosaik aussehen ließen. Nachts wird man von unbekannten Tieren mit glühenden Augen beobachtet, und seltsame Vögel in den Farben von Drachen und Feuerwerk zwitschern und rufen mit menschlichen Stimmen. Am ungewöhnlichsten sind aber die Berichte über einen See, der hundertmal so groß ist wie Tagesrand, so breit, dass man seine Ufer nicht erkennen kann, und so tief, dass eine ganze Stadt der Alten versunken auf dem Grund steht. Das Wasser schmeckt sauer und macht krank, und es soll sich aufbäumen und jeden zurückstoßen, der es überqueren will. Anscheinend wurden zahllose tote Städte von den wandernden Dünen im Westen verschlungen, ihre skelettartigen Türme sind in Meeren aus Sand versunken. Der Wind singt ein leises, trauriges Lied in diesen Ruinen und in den Gerippen der riesigen gefallenen Metallvögel sowie übergroßen Metallschüsseln, die jetzt mit schwarzem Wasser gefüllt sind, in denen Fische wie Sternschnuppen herumjagen. Dieses Ruinlied, das von einem Summen zu einem Heulen anschwillt, verfolgte diese Männer und Frauen noch, wenn sie in einen unruhigen Schlaf gefallen waren. Doch auch wenn die westlichen Lande unwirtlich sind und sogar ihre Schönheit Gefahren birgt, ist es nicht nur das Land, das alle Eindringlinge verschlingt, das den wenigen Unglücklichen Rückkehren, Narben und Wunden zufügt. Oh ja, alle sprachen von neuen Maschinen im Westen, Maschinen, die seltsamer und schrecklicher sind als alle, die man im Sonnenreich je gesehen hat. Mit ihren Fingernägeln haben sterbende unglaubliche Wesen gezeichnet, oder sie ahmten, wenn sie noch über Gliedmaßen und Stimmorgane verfügten, zuckende Bewegungen und schreckliche Töne nach, und alle waren in den Klauen des Wahnsinns gefangen. Und welche Art von Menschen kann dort leben, wo die Sonne nachts verschwindet? Diese Geschichten waren die gruseligsten. Einer erzählte von Maschinenbluttrinkern, deren Lippen und Zungen befleckt waren mit Metallstiften statt Zehen. Ein anderer beschrieb heranwachsende, fahl wie Asche, alle mit den gleichen Gesichtern, die stumm und unermüdlich bei Nacht jagten. Und einer erzählte von einem Stamm, den er nur von Weitem sah und dessen Angehörige tiefe Löcher im Sand aushoben, nur um sie wieder zuzuschütten, während ein anderer Stamm nur kurz auf dem großen See auftauchte in schlanken, dunklen Booten. O Sonne, ein Teil von mir bedauert, diese Erzählungen aufzuschreiben, denn sie werfen Fragen auf, die nur weitere verdammte Expeditionen beantworten können. Und doch muss ich diese Geschichten erzählen, denn was bleibt sonst von diesen armen, gescheiterten Männern und Frauen? Wenn sie Reichtümer gesucht haben, haben sie offensichtlich keine gefunden. Sie brachten nichts mit, bis auf eine Handvoll schwarzen Schlamm, ein seltsam geformtes Metallstück, eine Scherbe Wüstenglas mit wechselnden Farben oder auch eine merkwürdige glatte Muschel. Ich habe all diese Dinge aufbewahrt, um mich an diejenigen zu erinnern, die auf die Suche nach dem Verbotenen ging und teuer dafür bezahlten. Leser, wenn du dich für einen Abenteurer hältst, lass dir diese Sammlung eines alten Mannes von kleinen seltsamen Dingen eine Warnung sein und geh nicht in den verbotenen Westen. Moin Cosmic Devil und Akalala! Ein wunderschönen guten Abend, danke für neun Monate. Du darfst dieser kleinen süßen Flauschraube gerne einen Namen geben und ab jetzt beim Kokonianischen Lieferdienst lecker Lassande bestellen. Dankeschön! Spoiler zu Teil 2. Uh, 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 Spoiler! Horizon Forbidden West. Ja, klingt doch netter. Nicht? Ich will gar nicht daran denken, was für eine Arbeit diese Welten für Bahawas erledigt hat. Ja, Jesper. Sehr ruhig. Der muss halt auch immer was zu brabbeln haben. Ist hier hinten noch was? Geht nicht so aus. Okay. Wann kommt Horizon 2 raus? Also ich meine, das kommt ja sowieso erstmal für die Playstation, ne? Bin ich ja sowieso erstmal raus, aber wann kommt das? Gibt's da schon einen Termin? Wann sich 22 auch ne Hörter ist? Zeit! Dann haben wir ja noch Zeit! Es sah aus, als hätte er ihnen Befehle erteilt. Wenn es fertig ist. Hm. Hallo. Was machen wir hier? Ich dachte, ich kann vielleicht mitmachen. Hey, Vorsicht! Ich stehe hier! Wie ich höre, setzt der alte Bahawas Killer ein, um Feinde und Verräter auszuschalten. Hi, Kapuska! Ich kann extra Führer, aber es ist nun mal jetzt bloß Stimme. Wahrscheinlich kann im Grunde niemand der Versuchung... Soll 21 kommen? Echt? Schon? Gibt keinen festen Termin. Achso. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wer weiß, wann es dann für den PC kommt. Ah! 500 Jahre. Ich empfange wieder ein Signal. Das muss der Langhalt sein, der das Signal sendet. Nein. Was sie nicht sagt. So? Oh. 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 Das brauche ich später noch. Naja, vor allem habe ich ja beim ersten auch noch gedacht, dass er mich killt. Das kam mir noch erschwerend hinzu. Oh, come on. Guck mal kurz her, bitte. Nee, das ist sowieso nicht. Das ist sowieso nicht. Das kommt definitiv nicht am Anfang für den PC. Wenn, dann kommt es später. Der ist jetzt irgendwie nicht so nice. Geh nochmal da weg jetzt. Ich muss nur auf den Kopf, das Lange. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Hier ist Action. Das ist Teil 1 nur für den PC brachten, um die Leute scharf auf Teil 2 zu machen. Meinst du? Das wäre aber schon ein bisschen bitchig. Das würde ich aber nicht nett finden. Set to be released in... Okay. 21. Die machen ja auch Umsätze damit. Definitiv. Definitiv. Es ist ja die Frage, ob sie dann am Ende sagen, okay, lohnt sich. Das ist ja immer so der Punkt. Wäre aber gutes Marketing. Ja. Ja. Das stimmt wohl. Maaah. 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 Es wird kühler. Maaah. 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 Der zweite Teil bekommen haben, die nicht vom PC erschienen. Man wird sehen. Man wird sehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch der zweite Teil dann irgendwann vom PC kommt. Ich werde tatsächlich auch schlau, ja. Einfach direkt mitmachen. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich denke auch, dass das gut Umsatz macht. Das denke ich auch. Das wird sich schon rechnen. Was ist hier cool? Ach du Scheiße. Hi, Rune. Einfach 19. Ja, aber das war doch nicht die PC-Version, oder Atlas? Du machst es serious. Danke für den Follower. Na, das wird ja ein Spaß. Nichts. Nicht nur zwei von den Dingern, da ist noch mehr. Das ist nicht alles. Okay, sie ziehen ab. Also, Das war's für heute. Wo dreht er sich jetzt? Fuck. Das war nicht richtig. Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. Ich komme da aus dem Gebiet nicht raus. Das war's für heute. Das wäre geschafft. Das war's für heute. Das war's für heute. Der scheint not amused. Kann denn da ein Zerstörter liegen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird was. Das war's für heute. 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 Meine guten Steine. Anfang nachgeguckt. Sehr gut, Herr Kriegsdieb. Sehr gut. Die da hoch. Danke für den Satz. Herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Mach's dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trage stets ein Assis-Handtuch zur Verteidigung bei dir. Dankeschön. Zumindest für ein paar Minuten So, dat waren die Das ist auf der anderen Seite, oder? Ah Genau da Weg, 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 weg Da Wirst du mich verarschen? Ja Gott, wie dum, wie dum Okay, das war dum Oh Kümmert euch wieder um euren Kram. Die Kram. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, gefunden. Diese Skulptur ist bestimmt das Werk der Banuk. Die Vision. Tektuk. Zu Unrecht beschuldigt, verbannt, verhungernd und frierend. Ich wankte, das gebe ich zu. Als mich die Kälte des Todes überkam, verlor ich meinen Willen und mein Ziel und spürte die bodenlose Gefühllosigkeit des Schicksals. Und dann hatte ich eine Vision. Vor meinem geistigen Auge sah ich eine endlose weiße Ebene, auf der eine einzige Person stand und wartete. Das warst du. Und ich wusste, ich würde dich wiedersehen, wenn nicht im Leben, dann im Tod. Als die Kälte von mir wich, erwuchs neue Hoffnung in mir. Ich male mein Zeichen hier für dich in Erwartung unseres Wiedersehens und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Frühsport habe ich morgen früh um sechs. Machst du das da auch so, Mike? Das fährt so vor sich hin, Onkel. Ist der Weg vom Bett so. Ja. Ist auch schön. Nicht so ganz, aber fast. Fast. Bim, 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 bim. Bimii. Bimii, bimii, bimii. Danke für 17 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du darfst die Kokon-Pizzeria besuchen. Gönn dir eine leckere Pizza, außer Pizza Hawaii. Weißt du Bescheid. Nix anders. Dankeschön. Crossfit halt. Kommt dem nahe. Ja. Das stimmt ja. Na, Rava, das ist alles nur gut versteckt. Eine Perspektivenfrage. So, äh. Können wir denn hier noch... Hier in diese Stadt würde ich jetzt gerne mal... Vielleicht gibt's ja hier noch Quests. Quests. Crossfit ist brutal. Ja. Wir? Wofür wir gearbeitet haben? Ich habe dich gewarnt Das ist wirklich rätselhaft Oh Äh Oh, ich sollte hier also nicht sein Aber da ist eine Quest Ist Meridian zurückzuerobern? Ich sollte gehen, oder? Oder kann ich gefahrlos diese Nebenquist hier annehmen? T-Shirt Sehr ultimative Figur Verschleiere Heizwiebel Die Spaghetti-Arme Ne, das war das Also, den Was soll denn das heißen? Kannst du? Okay Okay Heizwiebel Der Winkel Ja Gute Nacht, Hasi Wir kommen zuletzt Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet Er ist Schwierig Seine Seele ist im Schatten Seine Seele ist im Schatten? Galif So heißt er Er ist sehr klug Aber er hat wenig Mitgefühl Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt Vielleicht war er schon immer so Wie auch immer Er wird uns nicht helfen Na, wir werden sehen Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet Noch ein Grenzkampf Ich passe schon auf dich auf Nur noch nicht über die Brücke Okay Ja, ja, nee Alles gut Das war mir halt wichtig zu wissen Wo ich hier hin darf Und wo ich halt nicht hin sollte Okay, also noch nicht über die Brücke Alles klar Das ist kein Ding Gut Dann gucken wir jetzt erstmal hier zu diesem Äh Schäfer da unten Yay Rum im Chat Rumfässer im Chat So Hi, KMH Na, wenn's Können wir ja wieder rumkugeln Unser Hunger hält uns wach Unser Hunger hält uns wach Unser Hunger, Hunger Bist du Galif? Der Heiler? Ich wollte den Tag damit verbringen Auf das Land meines Exils zu starren Und mir Leid zu tun Doch du bist nicht aus Sonnenfall Könnte interessant sein Ich komme aus der Zeltstadt dort Ein Mädchen ist krank Ihr Bruder hat mir von dir Die Antwort ist nein Was? Nein, ich habe keine Medizin übrig Und schon gar keine Zeit Meine Vorräte sind schon fast verbraucht Verbraucht wie die dreckigen Lumpen Die als Verbände dienen Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive Das wenige, was ich habe Wird eingeschmuggelt Das ist teuer Der größte Teil davon geht an das Militär Und dann ist da natürlich die Zitadelle Helis Falken Nimm öfter ein böses Ende Der Rest ist für die Adeligen Die mich gut für meine Dienste bezahlen können Sieh's mal aus meiner Perspektive Ein Mädchen ist krank Ich glaube, uns trennen Unüberwindbare Ideologische Hindernisse Nee, habe ich doch nicht Onkel Nie Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen Und du willst doch dem einzigen Heiler Der sich mit Schattenkarja einlässt Nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch Es reizt mich Klär das mit der Zitadelle Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt Nichts, was du tust Ist so schlimm wie die Bestrafung Wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende Hi Sudanax Hallöchen Du bist das letzte Heiler Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung Aber inzwischen bin ich ziemlich immun dagegen Und doch, wenn dir so viel an diesem einen Mädchen liegt Machen wir einen Deal Meine Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz Das ist keine Wohltätigkeit Aber es ist ein Deal Ich wäre wieder flüssig Eine Zeit lang Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen Nordwestlich von hier Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss Ausreißer meistens Mein Carry Wenn ich das tue, dann nicht für dich Oh, ich erwarte gar nicht, dass du's tust Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück Ich meine 작업 Ich gehe nachher oben Ich gehe nachher das auch Das noch nie Ich gehe nachher Ich gehe nachher Okay C pública Ah, 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 ah. Alter, was ein Vieh. Oh Mann. Definitiv, James, definitiv. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Frei nach dem Motto Viel hilft viel Denk mich doch Denk mich doch Und immer schön leise. Scheiße. 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 Untertitelung. BR 2018 Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Die Schatten werden länger. Ich kann mich entspannen. Ich mach hier nur Dinge. Ich kann mich entspannen. Frei nach dem Motto. Viel, viel. Lass euch. Irgendwie muss das ja machen. Ich kann mich entspannen. 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 Gut, Onkel. Hi, Shisha. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Ich kann mich entspannen. Herz gesprengt. Das wäre jetzt richtig mies gewesen. So, es ist ein neues Dragon Age. Nice. So, haben wir. Ein Glück. Äh, apropos, ich hab da aber was gesehen. Warte mal. Ähm. Hm. Ich hab da. Der Jägerbogen braucht keinen Abriss, das ist Quatsch. Hallo Xulfitha, seine Drähte dir schaden. Ich glaube, man kann die nicht auslösen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die nicht auslösen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man die nicht auslösen kann. Äh, Gogama, hattest du dich begrüßt? Hi. Ein erfrischender Satz. Lustlos tun wir das schnell. Güte hält sich so schlecht in der Hitze. Du bist es. Sei gegrüßt. Hier ist jemand für deine Schwester. Wie hast du... womit haben wir das verdient? Nein, warte. Ich will es gar nicht wissen, sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg. Kluger Junge. Er wird sich jetzt um sie kümmern. Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja. Danke. Nochmal, dass du das für sie getan hast. Ach, kein Ding. War überhaupt kein Problem. Gar keins. War easy. Das haben wir doch mit links gemacht. Wie heißt sie Shiana? Ich kannte mal eine Shiana. Sie sang in der Taverne. Kann deine Schwester gut singen? Namm, Saku. Ähm, sie mag Ballspiele. Sie will Soldatin werden. Ein Jammer. So. So. Kann ich hier hoch gucken? Eine Arena. Das sieht aber nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Ein paar Drähte, ein paar Pfeile mehr war das nicht. Echt, ey. Das war doch, äh, gar kein Ding war das nicht. Na. Ich weiß ja nicht, wer drum. Mir schwarnt da ja Böses. immer dieser Pessimismus. Ja. Ich lieg halt oft richtig. Das ist das Problem. Wenn ich einfach mal irren würde, wäre das ja vielleicht hilfreich. Aber so? So viel zum Thema Sicherheit. Also, morgen Abschied? Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja nicht. Da bin ich mit dir. Okay. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Du bist ja nicht. Aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. lebte, der seine Mutter sehr geliebt hat. Mach's gut, Ma. Ich liebe dich. Rasha Marty, Sohn von Amal und Reyes Marty, Stiefsohn von Wyatt Mahanta, 24. November 2064. Hm. Empfiehlt noch eins. Hm. Vorsicht da unten. Wieso fehlt mir noch eins? Das ist nicht okay. Muss eins übersehen haben. Oh, ein Stein. Nice. Das ist sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Ja, ich guck dann gleich mal auf die Möcke. Ich will bloß hier das Gebiet erst mal noch fertig erkunden. Hm. 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 Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Landwirts kleine Farm. Vielen lieben Dank für den Raid. Dankeschön. Schönen guten Abend. Alle anderen Marker auf der Karte abschalten. Aber wenn es das, wenn ich denke, es ist, kommst du noch an dem vorbei. Ah, okay. Helfen hin. Dankeschön. Landwirts kleine Farm. Tja, fährt rum. Vermutlich war es weniger. Nolte, schönen guten Abend. Hi, herzlich willkommen. So. So. Ich habe noch Metallblume gefunden. Durch seine Natur überragt er. Das Gewirr der Flüsse sagt nicht, er sei Schmutz. Aufgeschüttet. Unendlich. Der Nebel der Dämmerung. Die Abendwolke. Sie malen ihren Schatten auf ihn. Aus den vier Richtungen kannst du hochschauen und ihn sehen. Brün und steil und wild. Gut auf. Hi, Red Devil. Aussicht. Da waren wir also auch schon. Da waren wir auch schon. Jetzt sieht es doch langsam richtig gut aus auf der Map. Was ist denn das da? Das ist wohl nicht. Ja, ich vermute. Bunny. Ich vermute es, ja. Hydrodrive. Danke für den Tollo. Scheiße. Ich wollte ihn eigentlich auch noch überzeugen, sich mir anzuschließen. Das hat allerdings nicht so funktioniert. Das nehme ich für unterwegs mit. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben immer noch so einen übelsten Buhnsperr. Immer noch. Furchtbar. Oh, Mann. Läuft. Er hat mich schon gefunden. Jetzt haben wir ihn. Diese geräuschempfindliche große Maschine gräbt sich unter die Erde und stürzt mit zerstörerischer Kraft hervor. Das ist aber schade. Warum macht sie denn das? Schwäche ist Eis. Abriss an die Füßchen. Wer im Auslass hatte. Treibstoffbeutel. Schwäche ist Eis. Was ist das? Was ist das? Das ist ja, m***h! Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Warte, warte. Ach, fuck. Ach, nun lass mich doch mal in dieses Ding da hinten ran. Ich komm da aber auch nicht ran. Oh, nun, 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 nun. Ich hab ihn noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das waren die, die waren schwach gegen Eis, ne? Das war's für funk, 2017 Das war's für funk, 2017 Hat gedauert Das ist alles andere als Schrott Was wollen die jetzt? Haut ab! Kaputt gemacht Sehr schön Ein Prozent mehr, haben oder nicht haben Mal ein kurzes Päuschen machen Für ein paar Minuten Hm? Ich schicke euch mal ein Pause-Screen Wir sehen uns gleich wieder Bis gleich Wieder da So Little Nightmare 2 Das muss ich ausspielen Ja, müssen wir spielen Ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Verdammter Sand So, da haben wir jetzt auch hier die Steinbrecher Erlegt Das ist sehr schön Ähm Können wir hier noch die ganzen Lagerfeuer Die drei noch holen Und das da hinten Oben ist ja auch noch eins Ätz 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 Hauptsache ich hab 12.000 Metallscherben Wo kommt denn die her? Gefuckt Wann hab ich denn 12.000 Metallscherben? Am 11.02. kommt ein Little Nightmares Ja, ja, da hatte ich Spaß Das war schön Das war toll Little Nightmares hat mir gefallen Nein, Rollator Main Story nicht durch Nein Nope Oh, da sind ja noch mehr davon Oh Gott, oh Gott, oh Oder die sind respawned wahlweise In der Fälle waren da jetzt schon wieder Steinbrecher Hab's genau gesehen Hab ich's Muss jetzt nicht sein, ne? Muss jetzt irgendwie gerade nicht sein Wenn's sich vermeiden lässt Okay, das haben wir Unten Ganz ruhig Die nehmen wir doch mal mit Eine Sekunde Oh, jetzt wird der Sandsturm vorbei Ich hasse das Wiss ja immer nichts Oh, oh Ah, okay Lagerfeuer haben wir Nice Dann das da Mal ein Gebiet Wo hier mal nicht so viele Maschinen rumlaufen Belastend Das ist wie so ein Spießrutenlauf immer So, den haben wir auch Und jetzt noch den da unten Und dann haben wir ja alle Entschuldigung Graber Sorry, aber ist ja jetzt gerade auch nicht so super spannend Ich latsche ja nur rum Und hole die verbleibenden Lagerfeuer Es passiert ja jetzt gerade nichts super spannend Das war knapp Komm ich nicht durch Wieso habe ich das nicht geholt, als ich hier unten war Hmm Das ist doch scheiße, ist das doch. Das wird wehtun. Knappe Kiste. Na komm schon, Dick's auf. Danke. Gut. Sehr schick. Sehr, sehr, sehr schick. Hier haben wir noch eine verderbte Zone und eine Metallblume. Generell super wenig aufgedeckt, oder? Oh, da ist noch eine Bahnfigur. Das ist die letzte, glaube ich. Das müsste dort die letzte sein. Da war es die Sims-Erweiterung. Okay. Zoom. Baby von innen. Soll ich direkt mal wieder Heilkräuter einsammeln? Ich hab grad all meine Heilkräuter verbraucht. Das war nicht gut. Ich hab auch echt kein... Nee, na, ich hab aber jetzt auch nicht über die Map geguckt. Nicht wirklich. Das machen wir auch gleich noch. Das machen wir. Das finden wir. Das wird nicht das Problem sein, glaube ich. 500 Gramm dicke, süße Trauben. Mh, 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 mh. Das will schmecken. Ich glaube, ich brauche doch Sims. Das ist halt ein Schweine drüber. Also, ne? Insgesamt. Insgesamt betrachtet ist das halt ganz schön fett. Wie geht's denn hier hoch? Umbl-Bunnel-Eingebogen. Hast du für die Sims? So, es geht's. Das ist dann, glaube ich, der Weg runter. Aber wo ist der Weg hoch? Noch nicht raupe? Ich weiß noch nicht. Auch hier im Programm mittlerweile. Ach, echt krass. Ja, wo ist Cinder's? Irgendeine Figur. Die letzte. Mh, 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 mh. Und so frage ich mich, kam ihre Schuld als, ans Licht in der Nacht, als unser Häuptling Signag umgebracht wurde? Hat er die Wahrheit herausgefunden? War sie gezwungen, sich zu verteidigen? Wäre ich nur dort gewesen, um mich zwischen sie zu stellen, um den Schlag tatsächlich auszuführen, für den ich bestraft wurde? Wenigstens wäre ich dann ihr Streiter gewesen und der Vater, den du verdienst, wenn auch nur für einen kurzen Moment, ich male diese Zeichen mit ewigem Bedauern und hinterlasse dir diese Opfergabe, obwohl sie nie die Wärme deiner Hände spüren wird. Die Mutter war's. Wahrscheinlich von den Banuq. Und dann diese Aussage von ihr mal. Wahrscheinlich von den Banuq. Uff. Was du nicht sagst. Nein. Hat es viel mich jetzt entdeckt? Weh. Runter ging leichter. Runter ging eindeutig leichter. So, dann holen wir uns mal noch die letzten zwei Metallvolumen und das eine Panorama. Das geht ganz schön schnell. Oh nein, Pflanze ist sehr gut. Hallo. Wie lange ist denn dieses Seil? Unendlich lang. Oh, ne Quest? Warte, erst die Metallblume. Oder? Überall dann, meine Haare sind nass, bescheuert. Ja, ist furchtbar, oder, Rollator? Das ist so schlimm mit ihr einfach. Was wird denn der hier jetzt? Hi. Achso, das ist keine Heilpflanze. Naja, wir sagen mal, Hallu. Ich glaube, ihm geht's nicht so gut. Hm. Mach das, Heiku. Bye, bye. Da war Rommatsch. So, das ist wieder typisch. Wir kennen's ja nicht anders. Ja? Wir kennen es gar nicht. Äh, da oben? Ne, warte. Dann hol ich erst die Metallblume. Also, so viel Zeit muss sein. Wir kennen es nicht anders. Immer wenn wir ankommen, stirbt jemand. Ja, es ist typisch. Allseits beliebte. Hey, Eloy, sterben. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch, ne? Ich beschleiche das Gefühl, als würde ich hier nicht hochkommen. Strauchy. Das, äh, ist wo war? Ja, Rastu. Kommt nie bei mir vorbei. Wieso? Warum das denn jetzt? Wir sollten hier ein Verwüster sein. Äh. Also, ich meine, das ist ja wohl kein Verwüster. Ja. Ich lebe gern. Wieso das denn? Ja, das habe ich nicht gespielt, Rollator, deswegen. Aber ja. Das ist hier halt auch irgendwie typisch. Wo ist hier ein Verwüster verflucht? Okay. Ach, da unten. Okay, Rastu. So, ich sah ein Berg, sein stolzer Gipfel und starken, starker Rücken eiferten mit der Welten Höhen. Sie lenkten die Seifen des Windes ab und schulterten das Sternlicht des Himmels. Rühteten über den Dün wie ein großer Denker in den Nächten überkommende Tage. Mit schwarzen Wolken als ihr Turban und Strähnen von roten Blitzen im Gesicht. Und durch die Nacht sprach dieser zungenlose Berg. Fantastische Dinge. Ein Raupe im Aloy-Cosplay kommt nämlich das Risiko in Kauf. Die hatte ich alle schon gesehen, bevor ich zuerst da gegangen bin, weswegen mich das so gar nicht berührt hat. Das ist halt echt so ein bisschen... Was ist denn das da? Wieso ist denn da so ein komisches Zeichen? Was ist denn das für ein komisches Zeichen? Heißt das... Auf Patrouille oder was? Eventuell bringt Sony das auch in zwei Jahren für die PC-Serie bei eines der besten Spiele. Ja. Ja. Äh, das... Könnte ich mir durchaus, wenn ich das auch im PC-Serie auch mal noch vorstellen. Maschinenherde entdeckt. Naja, gut. Ähm. Da haben wir noch eine verdorbene Zone. Die können wir dann machen. Jetzt gucken wir erstmal hier hoch gerade nach Scheuerfels. Da scheint es ja Probleme mit Grauhabichten zu geben. Die wir maybe lösen können. Nein! Das hier muss Scheuerfels sein. Wer hat denn das nur kommen sehen? Grauhabichte. Oh Gott. Es geht kein Zurück. Oh Gott! Oh Gott! gets PRos Muratalk Ich bin da. Ich bin da. Ich komme redet. crap. Ich bin da. Ja! Ich bin da. Hey! Die dritte. Das ist aber schon meine Güte. Wenn das alles ist, was sie drauf haben, tun sie mir leid. Jetzt ist die Steuerung noch schwerer. Mit dem Schwert kommt die ganze Menüs. Die Schultertaste. Mal sehen, ob sie das gebacken bekommen. Naja, geht ja aber hier auch gut. Aber ja, weiß ich nicht. Kenn es halt nicht. Ein weiterer Tag ist vorbei. So, mal ganz kurz Staff loswerden. Wir haben auch gar nicht, ne? So wäre es gar nicht. Maverick! Ein wunderschönen guten Abend! Hallöchen! Danke für den Resub. Danke für den 29 Monate im Gucken. Danke für den anhaltenden Support. Ähm... Der Fensterrahmen und die Gardine für das Fensterwerk bei dir geliefert, Maverick. Vielen lieben Dank. Ja, es gibt so einige Spiele, Rollato, wo ich mir das durchaus wünschen würde. Aber, naja. Ich finde es echt merkwürdig. Dass man keinen besseren Speer bekommt. Ist doch weird. Ja, mir geht es gut soweit. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Aber sonst ist alles schickig schön. Oh. Ich höre. Ich höre es doch schon. Da! 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 Deswegen kommen die her. Das ist doch Grund. Wie komme ich denn da hoch, lol? Das ist glaube ich nicht. Hä? 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 Es ist nicht der Weg, den ich nehmen sollte. Oder? Ah! Ja. Gut. Hm. Passt. Hi. Ein Regenbogen hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Hm. Nicht schön. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die grauhabigte herlockt? iPhone! Volljährig. Endlich schnapp's. iPhone, danke schön für 21 Monate im Kokon. Du darfst das Kokon-Kino besuchen. Schnapp dir Nachos oder Popcorn. Schau dir einen guten Film an. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Hä? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Gibt es etwas, das sie angelockt haben könnte? Liegt hier noch Maschinenschrott herum? Nein. Osseram nutzen Schrott. Nicht wie die Karja. Die nehmen nur schöne Teile. Also ließen die Karja hier Schrott liegen. Hier? Niemals. Wenn ein Karja hier was liegen lassen würde, würde ich sie mir in den Hals stecken. Bye Maverick. Hab noch einen schönen Abend. Warum glaubst du, dass Karja hinter den Grauhabichten stecken? Dieser Außenposten sollte die Karja abwehren. Jetzt kommen sie zum Handeln her. Schön. Ihre Scherben sind so gut wie andere. Aber jeder weiß, dass sie das Dorf wollen. Ist doch klar. Sie wollen doch jeden Ort. Und wie locken die Karja die Habichte her? Wenn die Angriffe je aufhören, setze ich vielleicht einen Mann auf ihre Spur an. Er wird garantiert auf einen Karja stoßen. Nicht schlecht, Strauchy. Nicht schlecht. Wer es gerade nicht liest, bei Epic gibt es momentan Hitman 2016 und die Shadowrun-Kollektion. Also drei Spiele für Umme. Was ist deine Aufgabe hier? Bürgermeister. Ich war zu betrunken, um Nein zu sagen, als mein Bruder mich fragte. Bam Bam. Sag mir, wo er ist. Ich will ihn beerdigen. Wenn wir die Grauhabichte los sind. Du findest ihn südlich von hier. Am Flussufer. Verdammter Nah. Wie blöd. Der Trottel. Danke, dass du am Ende bei ihm warst. Lass mich untersuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut spuren? Das könnte man sagen. Mhm. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Karja dahinter steckt. So, wir haben ja die Spur schon gefunden. Oh, wer ist denn das da? Das Gerät ist ein Signal. Schahawad. Vielleicht lockt das die Grauhabichte an. Geh aus! Geh aus! Schahawad versucht es auszumachen. So geht's aus. So. Das war's wohl. Jetzt rede. Du hast das Ding in einer Werkstatt gefunden? Ja. Ich schlug mein Lager hoch auf dem Ostgard auf. Es war selbst für mich kein einfacher Aufstieg. Aber ich schnürte mein... Genug. Gab es noch andere Geräte in der Werkstatt? Zurückgelassenes. Wie ich es noch nie zuvor sah. Ein seltsames Behältnis widerstand allen meinen Versuchen es zu öffnen. Bei meiner Suche fragte ich mich, wie viele Geheimnisse in der Welt verborgen liegen. Während wir voller Ignoranz unsere täglichen... Ein Gerät? Oh. Nein. Ich habe keins gesehen. Doch es könnte noch eins da sein. Und Schrecken verbreiten wollen. Warum klaust du Geräte, die du nicht mal verstehst? Meine Kunden verlangen nach außergewöhnlichen Stücken vom Rande der Zivilisation. Meine Abenteuergeschichten steigern noch den Wert. Wo sich niemand hinwagt, blöhe ich auf. Es gibt nirgendwo Berge, die mir zu hoch sind. Mein Geschäft erfordert Opfer. Bist du ein Schwätzer. Erfordert es auch den Tod Unschuldiger? Die Grauhabbichte griffen alle im Dorf an. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich wollte nur die reichen Adeligen zufriedenstellen, die nie ihr Haus verlassen. Hast du die ganze Zeit über gewusst, dass das Gerät grau habe ich da anlockt? Bei der Sonne. Nein, ich habe es kurz abgestellt und als ich zurückkam, hätte mich eins dieser schrecklichen Viecher beinahe geköpft. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Auf dem Ostgrad, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von Ohren von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Boah, so ein Nervsack. Okay. Lass uns abkürzen. Wenn er mit rotem Samt Stürmbahn kann man ihn nicht ernst nehmen. Was für eine Synchron. Puh, das war richtig anstrengend. Das war wirklich das... Oh, großer Vogel. Okay, für großen Vogel brauche ich, wenn's geht, voller Heilkapazität. Noch mehr protogene Szenen, ja, ne? Das ist Wahnsinn, wie gut das Spiel einfach aussieht. Nein, er hat ja gesagt, er weiß ja nicht mal, wie er ihn angeschalten hat. Hat er gesagt. Bibi, Lexikon. Hat das Potenzial einem so unglaublich auf den Sack zu gehen, dass man ihm einen stumpfen Gegenstand quer durch den Schädel treiben will. Äh... Oh, Warlin, das kann ich dir auch nicht sagen, ob das überhaupt irgendwas bringt. Ich kann's mir fast nicht vorstellen. Aber ich weiß es nicht. auch nicht. Oh! Oh, wasspreller. Big OGums, oberenOOMline. ā Мы smack sie mit ihrer מdomen vonologeziellen. D whoever gest leaf so schadass. Wieso glaube ich, dass wir gleich den Sturmvogel am Poppes haben? Rollen, rollen? Oh Gott, Junge, was war das denn? Ich dachte ganz kurz, das war's. Da war wieder ein Felsenmaler am Werk, ja Gott sei Dank. Hauptsache ich hab 1400 Reinholz, the fuck? Zur Hölle. Bei manchen geht, während es bei anderen nicht geht. Ja, wie gesagt, das ist da keine Ahnung. Okay, wir können uns ja schon mal mental darauf vorbereiten, dass jetzt möglicherweise so ein dicker Vogel kommt. Sehr wendige fliegende Maschinen haben eine große Auswahl von schockbasierten Luftbodenangriffen. Toll. Das ist toll. Mhm. 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 Gut. Reinholzmessner. Lass dir schmecken, Bani. Spaghetti-Werde, Spaghetti auch schon wieder weg. Oh. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Uh. Los. Oh, jetzt. Jetzt ist, jetzt herrscht Stress. Jetzt ab. Jetzt aufs Maul. Los. Herbert. Herbert. Herbert, du machst das falsch. Herbert, aufstehen. Herbert. Mach Platz. Mach Platz. Mach doch mal was. Ah. In's Kinnick. High five. Herbert. High five. High five. Das war ganz klar eine Einmischung. Was? Es hat nicht aufgepasst. Oh. 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 Hey, Alec. Da kommen sie. Gut. Guter Treffer. Oh. 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 Herbert. Herbert. Schnapp ihn dir. Herbert, mach sie alle platt. Go, Herbert. Go, Herbert. Go, go. Go, Herbert. Bam. Läuft. Da kommen dieses Wochenende noch behalten. Wieso? Was ist dann? Was ist danach? Geil, Herbert. Richtig gut. Ist fein gemacht. Besser Herbert. Zu viel Caps, Rollator. Zu viel Caps. Dog, das... Da rastet der Mobert immer ein bisschen aus. Balkon wird abgeschnitten. Aber wieso das denn? Wieso schneidet man denn den Balkon ab? Also jetzt mal im Ernst. Warum? Ich wette, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden. Ja, oder der Sturmvogel frisst mich. Boah, Wallen. Lass dir schmecken. Ich weiß noch nicht, Atlas. Also ich muss mal gucken, wann. Mal schauen, vielleicht. Äh. Ja. Klar. Ja. Ja. Er hat gesessen. Ich soll den vielleicht gar nicht bekämpfen, oder? Mich beschlecht das Gefühl, das soll ich gar nicht. Kämpfen oder die Geräte abschneiden. Da! Guck, ein Stein, da! Guck, ein Stein, da! Guck, ein Stein, da! Gehen! Mahlzeit. Fliebervogel. Geht's jetzt? Komm doch nicht! Wieso? Wieso? Wenn ich es nicht zurückkrive, bin ich. Ich bin. Guck! Wenn ich den Weg weggehe, bin ich hier weggehe. Ich bin. Entdeckt etwas- Wenn ich den Kapitel erw프�. Geht's. Einmal Braver Vogel! Da ist er! Der Köder! Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber sieht hübsch aus, ne? Also so generell so. Schon ein hübsches Teil. Erledigt. Der läuft keine Maschinen mehr an. Okay. Oh Mann. Notizen. Ja. Ich... Das... Das wollte ich machen. Der Wal steckt also dahinter. Brillant. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Zerfledderte Briefe. Meine lieben losen Schrauben und Zahnräder. Ihr traurigen Gestalten habt mich nicht gefunden. Wieder einmal. Eure Versuche, mich zu erwischen, würden mich zum Lachen bringen, wenn ich nicht voll und ganz damit beschäftigt wäre, euch bei eurem Sammeln von Informationen immer zwei Schritte voraus zu sein. Gebt einfach auf. Oder noch besser. Bringt euch um und erspart mir die Mühe, ihr wertlosen Nichtsnutzer. Niemals der eure. Der Wal. Vogel quietscht wie Sau. Ja. Das stimmt wohl. Das ist wohl wahr. Ja, gut, ne? Das, äh, Ding ist halt da hinten, wo dieser Sturmvogel hockt. Aha. Da ist ungünstigerweise ist da, äh, eine Metallblume. Naja. Wir erstatten erst mal Berichte. Ich glaube nicht, dass ich einen weiteren Angriff überstehen würde. Ohne Hilfe von außen wären wir verloren gewesen. Braucht ja auch noch Ziele im Game. Hm. Hm. Ich habe einen weiteren dieser Köder gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke. Das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie. Vielen Dank. Aha. Hm. Ja. Ja, Ratu. Ja. Ein bekannter Sprecher. Ist ja einfach leider nie fertig war in dem Spiel. Schlimm, oder? Mega schlimm. Würde Eloi gerne umbenennen in Rolloi. Aber es funktioniert halt. Na gut. Dann versuchen wir mal diese Metallblume zu holen. Ja, ja, ja. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Brutosozialprodukt. Den, 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 den. Waren wir schon. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. War aber vor deiner Zeit, was soll ich das heißen? Hallo? Ich hab Eltern. Wir waren viel im Urlaub. Da wurde viel Musik gehört. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. So, Roleu wieder am Start. Oh, Queen ist toll. Hi, Haggatis. Da ist er. Warten wir nochmal eine Runde ab? Ein Heidackelmann, falls ich es noch nicht gesagt habe. Was für ein seltsames Ding. Huh? Letzte Metallblume. Da haben wir sie. Im Herbstregen faulen die Gräser und sterben. Unter den Stufen ist die Senna-Farbe noch frisch. Volle grüne Blätter zieren die Stiele wie Federn. Unzählige Blüten glänzen wie Goldmünzen. Der kalte Wind stöhnen, bläst ihr heftig entgegen. Ich fürchte, das Stehen fällt dir bald schwer. Oben löst der Gelehrte sein weißes Haar. Stellt sich in den Wind, atmet den Duft und weint. Mh, 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 mh. Corbett. Danke fürs Zwangsverflauschen. Von Vorlin. Vorlin ist damit im achten Monat im Kokon. Ähm. Und bekommt Zugang zu seinem eigenen mega-flauschigen Marmor-Fliesenbart mit Direktanschluss an seine Gummizelle. Danke, Corbett. Aber deine Zahl ist doch jetzt... Wobei, die Zahl ist toll so. 3, 2, 1, lasso, Corbett. So ist super. Kannst du ja alles in der Stadt abgeben. Nee, noch nicht ganz. Also, ja. Aber Panorama würde ich halt... Das eine Panorama würde ich gerne noch suchen. Das fehlt ja auch noch. Da. Gefunden. Das war denkbar einfach. Hm. Da muss ich abgerutscht sein. Klar, Corbett. Klar. Hm. Ja, Andi. Ist er. Du genauso. Hallo, Vogelpuppe. Schönen guten Abend. Ist kurz gut soweit? So gerade? Alles, alles, äh... Ja, du. Bisschen Kopfschmerzen. Aber sonst... Sonst alles okay. Die Herrin. Guten Tag. Okay. Das war's mit dem Schleichen. Oh. Äh, das ist aber jetzt unfreundlich. Los, jagen wir sie! Kann ja keiner an, dass es hier so unfreundliche sind, weißt du? Da ist was, da ist was, da ist was. Ich seh's genau. Phantomschmerzen. Diktat ein. Meine Beine tun weh. Ich folge mich andauernd runter, um sie zu massieren, aber natürlich sind sie nicht da. Ich sag's dir. Es ist eine Sache, von Phantomschmerzen zu hören, aber eine andere, sie zu haben. Immer wenn ich in die leere Luft fasse, bin ich wieder in Bridgewater und der Nanodunst schält meine Beine Schicht für Schicht ab, bis unser Madbot mich aus der Schusslinie zieht. Und ich fange an zu schreien, wie ich damals geschrien habe. An zwei Orten gleichzeitig. Zwei Hälften. Aber die eine ist für immer weg. Aufgelöst. Durch die Wende der Krankenstation höre ich sie jubeln. Sie bejubeln die MEB, weil sie uns den Arsch gerettet hat. Weil sie uns für unsere Evakuierung den Rücken frei hielt. Weil sie es geschafft hat, dass New York auch nach einer Woche noch standhält. Hören sie mich überhaupt schreien? Der Sargent sagt, dass morgen die Prothesen angepasst werden. Dann so gut wie neu bin. Wir wissen beide, dass er lügt. Es wird nie wieder gut. Ah, solltest du das Panorama vielleicht jetzt noch nicht holen? Okay. Kopfschmerzen, was ist los? Was stört? Sollte vorbeigehen? Nee, ich habe Kopfschmerzen. Einmal nur. Geht er irgendwann wieder weg. Landreiter. Danke für den Resub. Danke für den zweiten Monat im Kokon. Deine Gummizelle hat sich vergrößert. Du hast mehr Platz. Schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle. Dann hast du darauf gemütlicht, danke. Okay. Ich sollte mir also dieses Panorama noch nicht holen, ja? Das lasse ich noch. Dann hole ich mir nur kurz hier das Lager und lasse das da oben sein. Ist in Ordnung. Wenn ich mir das so sage, dann verzichte ich da drauf. Okay. Gut. Das hier haben wir. Kein Ding. Ja, die Kopfschmerzen haben wir auch vorhin erst angefangen. Die waren ja nicht am Anfang des Streams. Ist immer so. Aber, ja, wie gesagt. Stauner. So, wollen wir mal hier diese verdorbene Zone wegmachen? Sag mal. Müsst du doch rein theoretisch mit viel Glück nur einen Fertigkeitspunkt geben. Hm. Achso. Elli, GGG. Erstens, Hallöchen. Und danke für den Follow. Ich seh's genau. Ich hab's genau gesehen. Scheiße. Ich hab's genau gesehen. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Oder einen Fertigkeitspunkt. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Aber ansonsten geht's, oder? Also ich mein' ja nur. Ich glaube nicht. Sigh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, fuck. Ich hab den zweiten vergessen. Dumm. Ow. Oh, fuck. 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 Donner, oh, fuck. Also ich heute Morgen geguckt habe, war es noch nicht. Wie gesagt, ich konnte leider nicht überprüfen, ob jetzt alles passt. Da sind leider noch so ein, zwei andere Termine. War schwierig. So. Hi Hero. Wie denn? Ich habe da jetzt alle. Oh. Modifikationsbeutel voll. Erliegte, Fremde. Ein Angebot wird dich überzeugt. Verstanden. Schönes Spiel. Horizon, ja. Ah, hi Nebu. So ein Dreamhack, Nebu. Was ist denn das hier? Was macht man denn mit, was ist denn? Was ist denn das hier? Wie sollte man denn sowas hier haben wollen? Hä? Das ist viel zu viel. Das ist viel zu viel. Naht? Ah. Ah. Aber doch, ob du verbessern kannst, damit Platz frei, kann ich mir wirklich verbessern. Achso, ich könnte natürlich auch Sachen in die Rüstung stopfen. Harzklumpen und Rostbolzen braucht. Aha, okay. Okay, wir könnten ja noch Dinge in die Rüstung stopfen einfach. Weißt du? Das ist ja gar nicht. Das ist ja gar nicht. So, ist das schon viel besser, oder? Ja, guck mal. Geht doch. Ja, sehr schön. Ähm... Oh, es gibt so viel Loot in dem Game, Nebo. So, ich muss... Das hier also muss ich mitnehmen, oder was? Aber der braucht ein Panzerwandererherz. Das hab ich halt nicht. Der Rest ist ja kein Ding. Den allerersten haben wir nicht. Okay, ähm... Maschinenrohstoffe. Achso, ne, die verkauft mir nur. Oh, Panzerwanderer. Achso, ne, warte mal. Hat die... Sofällig. Oh, Gott sei Dank. Aber sie hat nur eins. Scheiße. Ach, scheiße. Naja, was soll's. Halt. Gut. Äh, haben wir... Wen haben wir noch? Blumensammelobjekte. Achso, die Metallblumen. Ich weiß nicht, ob wir die alle schon... Ne, konnten wir ja nicht abziehen. Ah, falschen wir um diese wunderschöne Beute. Zack. Zack. Auf Wiedersehen, edle Nora. Ich möchte mit dir über eine... Auf Wiedersehen. Und... Der Beutel ist voll. Ah! Hallöchen. Ja, bei denen fehlt bei allen ein Abschlussgespräch. Was großartiges. Atlas, bei allen. Ich handle immer gerne mit dir, meine Feuerblume. Keiner von denen hat ein Abschlussgespräch. Super schade. Ich freue mich schon auf den nächsten Handel, mein Schätzchen. Jeder braucht doch einen Farbtupfer im Leben. Das ist eine Nora. So. Haben wir. Äh... Hi, Lord Johann. Lass uns drüber reden. Geheimkissen. Echte Wertarbeit. Und schlack. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Das ist wirklich alles, was du hast. Was kommt denn da raus? Ah, guck mal. Guck mal, der hat diese Sachen hier. Da brauche ich das. Wildhauerkiste. 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 Schottfinderkiste. Eine blaue Glanzkiste. Gestrandete Figur, gestrandete Fesseln, gestrandete Kette. Hm. Nice. Okay. Blauglanz. Okay. DLC-Zeug? Okay. Kostbarer blau gefärbter Kristall bei Händlern begehrt. Alles klar. Weiß ihr Bescheid. Rizzoline. Äh. Seltene wertvolle Ressource tauscht es bei speziellen Händlern gegen extrem starke Waffen und Rüstungen ein. Klar. Ähm. Gefäßsammelobjekte. Himmel müssen wir noch. Wo soll ich denn da hin? Ach da. Alles klar. Das ist also DLC. Hast du denn die Gefäße gefunden? Ja. Ja, ja. Machen wir schnell. Ich habe zu tun. Ja. Bitte. Oh, habe ich mir die schon alle geholt? Alles klar. Jetzt geh du nur auf die Jagd. Dann haben wir, glaube ich, alles abgegeben. Robust. Jagdbedarf. Jetzt haben wir, glaube ich, echt alles abgegeben. Okay. Warte, dann schauen wir mal ganz kurz noch bei dem Jagdbedarf vorbei. Ich möchte mit dir reden. Sieh dir mal diese Warena. Ähm. Ähm. Ja. Hm. Viel Platz werden wir hier aber nicht mehr schaffen. Ich bin schon überall in der Staffel gewesen und habe nicht gefunden, was ich suche. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Sieh dir diese Waren an. Sieh dir mal die... Nee. Ich habe noch nicht alles geupgradet, tatsächlich. Hier sind noch Dinge offen, aber... Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendig. Ist mir jetzt auch Wurst. So. Wir gehen jetzt mal hier hinter. Alle hopp. Ah. Safe. Es ist halt so schön, ne? Wenn hier nicht überall diese bösen Viecher wären, wäre es hier halt richtig toll. Oh, ein Stein. Jesper. Luca. Wird dir aus Enderal bekannt vorkommen. Das nehme ich lieber mit. Das ist Jespers Synchronstimme. Das ist Jespers Synchronstimme. Noch aus einem anderen Spiel? Okay, ich könnte sie nur aus ändern. Äh, Rama, wenn du Bock hast, kannst du mir das direkt im Discord per... per DM schicken, oder so. Weil dann kann ich das morgen früh gleich weiterleiten. Dass die das dann bitte noch fixen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Geh mal hier unauffällig außen rundherum. Geh mal hier? Sogarか ... Sogar hat es nicht vielmış. Schön hier. Grundsätzlich ist das doch sehr schön hier. Na, wenn es nur die Anzeigetapel ist, das wäre nicht schlimm. Das ist die Event Schedule. Da ist, äh, das... Da hatten sie irgendwie Probleme. Mit der... Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Das andere Teil im ersten Raum macht nur eure Meldung. Die Social Box vielleicht? Aber... Jo, okay. Wie geht bei dir, Onkel? Okay. Will er Twitter aufrufen? Ja, das ist, äh, glaube ich, in Ordnung. Zumindest wenn er dann auf meinem Twitter... Oh. Junge. Guck dir das doch mal an, bitte. Ey, das ist so hübsch. Ey, es ist einfach... Es ist so hübsch. Hübschi, hübschi, hübsch, hübsch, hübsch. Hm. Wahnsinnig schön. Bob Ross wär stolz, ja, oder? Just a little bit brown. Herzlich. Äh, ich glaub, du kannst suchen, Joker. Ich glaube, du kannst suchen. Hätte die Wasserkanten etwas besser hinbekommen. Hätte er vermutlich. Die Suche von uns ist nicht richtig. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eklipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich. Schon immer. Doch. In der Tat war es so, dass ich der Eklipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Der Kunde. Nee, er könnte mir auch einfach mal meine Fragen beantworten. Na gut. Das wird ganz schön eng. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg? Wie ist es? Das weiß ich nicht. Das ist der leichte Weg. Wie ist es? Kaum muss sich Bitbadえっ Träumchen. Erstmal die Gruppenduschen nutzen. Ja, bitte, Joker. Mach das einfach. Gute Nacht und gute Besserung. Fuck. Au. Unterschätzt. Ich glaube, ich bin sicher. Übel. Ich Idiot. Ich latsche aber auch rein, weißt du? Kleine Zee-Pflanze. Du wirst mir sicher helfen. Hm. Was soll denn das Kapper, Strauchy? Hm? 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 Die Rollenklopapier sind gezählt. Ja nun. Entfernte Explosion. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Hm. Na, wenn das so ist. Die Frage ist, kommt man denn hier irgendwo hin? Oder wozu dient das? Oh. Ah. Aha. Aha. Eischen. Okay. Nicht hilfreich. Ah. Was hat der Verschreiber gemeint? Achso. Profikeller. Achso. Oh. Ja, muss er. Egen. Oh. 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 Das war's für heute. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Ja, ist ja die Wahrheit, Joker. So. Warum geht der nicht weg? Ja, das war's für heute. Dann mal los. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insider-Wissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke? Über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eklipse-Truppen? Umgehen oder töten. Deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Es ist so lange her, dass ich Meridian gesehen habe. Dasselbe gilt für Sonnenfall. Ich wollte hier eigentlich kämpfen, nicht graben. Aber ich muss trotzdem graben. Er hat seine Kosten verlassen, um seine Ration zu nutzen. Selbstredend haben wir ihn dann viel zur Verantwortung gezogen. Hm. Bitte schön, Probleme zu haben. Er hat sich übers Essen beschwert. Okay. Wenn ein Kaminchen für uns gut genug ist, ist es auch gut genug für ihn. Ich bin froh, dass ich heute nicht in der Grube arbeiten muss. All der Dreck. Halt! Was war das? Ich hab was gehört. Ich hab's gehört. Ich sehe nach. Das war schon seit Wochen. Was treibt denn nur die ganze Zeit? Versetzt sich hier jemand mit Angst und Schrecken? Ist das eine Leiche? Was man die Maßmache von den Leichen ablenken muss? Hi, Rasko. Das wird zu schwer. Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Aber ich kann sie mir nehmen. Wenn wir Meridian zurückerobern, überlasse ich die Rache-Morde hin. Ich will einfach nur ein Bahn. Ich will einfach nur ein Bahn. Vielleicht ist er so neuer Körperersatzteil Lagerung. Oh. Hi Cosmic Davi. Okay, also wenn sonst alles in Ordnung ist, dann finde ich das sehr cool. Sehr hilfreich. Pssst, Eloi. Guck mal. Stein. Oh. Was war das? Das war ein krasser Stein. Oh, wach. So ein Vollidiot. Fällt nicht auf. Fällt überhaupt nicht auf. Bloß nicht bewegen. Aber auch nicht sonderlich helle, oder? Drei-Männer-Schiffe. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine... Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll. Noch ein Geheimnis. Gleichen oder Töten. Töten. Raupe so. Warum nicht beides? Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Prophezeiung. Fehler. Identics fehlen. Unbestätigtes Format. Ein. Oh. In der selben... Realität. Das heilige Meridian in den Händen von lasterhaften Gestalten. Unwürdigen. Der Turm. Der wie ein glitzernder Stachel in meinem Geist am Horizont aufragt. Jeder Morgen im Exil ist ein Symbol des Versagens. Aber die Tage sind gezählt. Ich werde Meridian zurückerobert sehen. Die Lasterhaften vernichtet und einen wahren König auf dem Thron. Ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Mhm. Das war da der Meister gerade, oder? Dezenter Gott-Komplex, ja. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin zieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht ihn die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da. Drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nichts sehen kann? Mein Gebieter, der 13. König des Karja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Osseram-Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufspringen. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Könige nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Der verborgene Schatten war dann Hades, sozusagen. Ist das Ding so, ja, ne? Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber hohe Priester Bahawas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt! Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten fehlt, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Und gerade ein Raube, ja, wa? Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Herr Befall, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königin und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Abend, Wolfsmensch. Wenn der Schlaf nicht kommen will, denke ich an unsere Hochzeitsnacht. Wie du mich im Ehebett empfangen hast. Wie ich, als du eingeschlafen warst, dein zartes Gesicht betratete. Trotz seiner Schönheit hasste ich seine... ...Zerbrechlichkeit. In mir wuchs ein Zorn. Ich verabscheute dieses Bett, seine Weichheit, die uns zu verschlucken drohte. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen. All dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir, wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper, ausgestreckt neben meinem Chinos-Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Gute Nacht, Strauch. Ich schlaf gut. Bye-bye. Ja, genau so. Ja, Rastu, genau so. Oh, wie? Oh. Scheiße. Oh, das war dumm, oder? Wiesel zu viel Lack im Tee gehabt, der Bruder. Äh, das war schlecht, ne? So ein Mist. Ich hab mir nicht gehört, was er sagen wollte. Er ist ein Fanatiker, oder? Zielstrebig. Das lässt ihn konzentrierter sein, das lässt ihn konzentrierter sein als du. Vielleicht suchst du jetzt mal den Langhals? Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden, zerstöre das Modul und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Boah, Scheiße. Boah, Scheiße. Boah, ich will nicht. Das ist überhaupt nicht gut. Freunde, das ist ganz und gar nicht gut. Ich sag's euch. Das hier ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Toll. Hier ist falsch. Ich glaube, dass das hier ganz und gar nicht gut ist. Das ist alles ganz und gar nicht gut. Ach, du Scheiße. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das? Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu was ich sage, sonst sind wir verloren. Äh, au. Oh, oh. Oh, oh. Oh nein. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht. Aber das hier nicht. Vernichtete die Einheit. Oh, oh. Oh. Äh. Hilfe? Äh, send help, please. Ich sehe es als billiger Pfad. Au. 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 Ah. Oh. Mahlzeit. Tschüssi. Sorry, muss los. Ich weiß... Nein, 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 nein Ich bin mir noch unsicher, Lani Es war knapp, aber du lebst Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert, anders ging es nicht Nett, danke Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen Die Geheimnisse von Zero Dawn Ich glaub dir das langsam nicht mehr Gut Das heißt, du wirst klüger Vertrauen ist etwas für Narren Es ist instabil wie Sand Keine gute Basis für eine Partnerschaft Aber gemeinsame Ziele Das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können Ich hasse ihn Wir wollen antworten, Aloy Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah Gute Nacht, Corbett In Sonnenfall Ich melde mich Du verdammter Mistkerl Oh Mann Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence Aber ich brauche ihn noch Auf nach Sonnenfall Und Zero Dawn Alter Falter Heavy Heftig Sehr, sehr heftig So, aber Ich geh jetzt da in diesem Lagerfeuer Verbeichern Oder mach ich auch Feierabend für heute? Ich bin morgen wieder früh raus Ich will nun Steine mitnehmen Die haben uns gerade sehr geholfen Ich habe immer einen Stein dabei Oder am besten mehrere Meine Güte Eine Aufregung So Dann guck ich mal, wo ich euch jetzt hinschicke Äh Äh Or Ach, guck mal hier Ich schicke euch zur Indie Arena Booth Da schicke ich euch hin Zur Opening Show Na, ist doch perfekt Das machen wir schließlich auch morgen Wirklich Urlaub scheinst du nicht zu haben Naja Kann ja auch keiner ahnen Dass hier sowas alles noch dazwischen kommt War ja alles recht schon getan So, wir sehen uns morgen Morgen, morgen Äh Die sind gerade off Echt? Sind die jetzt off? See you tomorrow Oh, verdammt Oh, schade Äh Ja gut Dann nicht zum Indie Arena Booth Dann schicke ich euch zu Basti Wir können mit Basti noch ein bisschen in New World reingucken Basti ist ja auch viel weiter Wann geht's morgen los? So 16.30 vermutlich Vermutlich 16.30 Schon relativ früh Untypisch früh Meine Lieben Äh Danke fürs Einschalten Ich wünsche euch noch einen fantastischen Abend Ich hoffe, wir sehen uns morgen zahlreich und so Äh Und Habt noch eine gute Nacht Bye-bye Bye 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 Vielen Dank.